Bleiben Sie im Küstennähen. Man kann Sie in tiefem Gewässer leicht entdecken. Damit Sie wissen, wo es lang geht, habe ich Ihnen die Zielobjekte auf dem Radar markiert. Und ganz nebenbei... Dolly, die verdammt Verschweidehung. Sie stecken gerade dritte der ganzen Dach. Ich weiß, wo Sie sind und ich bin schon auf dem Weg für ihn. Jack, wechseln Sie sofort die Frequenz. Das war's dann wohl, Dolly. Ihr Freund klang ganz schön sauer. Verdammt, er kann nicht über mein System roten. Wir müssen uns beeilen. Ja, ähm... Na, hier an der Küste hat er mich rausgelassen. Direkt sozusagen, oder auch nicht. Und wir haben da vorne unseren ersten Punkt. Und ich kann Ihnen das Teil nicht beschleunigen. Das wäre nicht schneller als will nicht schneller. War schneller. Ach, ich muss hier rechts... Okay. Ja, dann kann ich auch ausstellen. Brauche ich das Boot auch nicht mehr. So, hier ist noch irgendwo... Ja, wir sind endlich wieder draußen angekommen. Das ist erst mal das erste schöne... Oh, seht ihr die Spiegelung? Toll. Sender in diesem Gebiet vernichten. Sie können sie finden, indem sie nach den Sendemasten Ausschau halten. Soweit ich mich erinnern kann, fanden auf der nächstgelegenen Insel erst kürzlich Sprengarbeiten statt. Vielleicht finden Sie dort Sprengladungen. Auf jeden Fall sind hier Fässer. Oh, warte! Ich habe jetzt keine Lust mehr auf die leise Methode. Jetzt wird hier mal richtig auf die Kacke gehauen. Hallo, du. Tschüss, du. Ey. Ach, den Stein hätte ich runterrollen können. Ach, den Stein habe ich runtergerollt. Ich hoffe, hat er den noch nicht. Ah, verdammt. Rechte Monsterste. Nicht rumspinnen. Und nur schießen. Ja, so schön. Okay, ich mache es doch gleich in der Rambo-Methode. Denn das sieht mir nicht danach aus, als würde ich das nur überleben. Oder? Okay, Musik ist weg. Das heißt, clear. Ich habe aufgeräumt. Und hier gibt es Labern. Oh, drei Stück. Also drei Sendenmasken. Der schießt hier schon wieder. Oh, ist doch nicht wahr. Ja, Bingo, Bongo, Bango, Dongo. Das war doch noch eine geile Aktion. Da hat er mich einfach kurzerhand durch den Holzstapel, durch diesen 1-mündig-50-Bus-Kleiden-Geterwicht. Und er hat mich einfach mal umgesammelt, der kleine Drecksau. Okay, Doy. Ich habe die Sprengladung. Weg. Nonn. Nonn die Richtung. Nonn laufen. Einfach Beine in die Hand laufen. Lassen wir die da hinten machen. Ist uns jetzt egal. Wir laufen. Das klingt sinnvoller. Und wir laufen. Ach, wir können nicht mehr laufen. Wir sind zu schwer. Wir sind zu dick. Und wir laufen. Und da hinten ist ein Sendemast. Zu dem ich dann rüber schwimmen muss. Denn zurücklaufen und mein Boot holen. Nö. Ach, da kommt ein neues Boot. Das ist klasse. So, Fahrer erwischen. Man kann eher nichts mehr machen. Das lief. So muss das immer sein am besten. So. Mein neues Boot. Umschalten. Da. Eigentlich könnte ich doch jetzt. Und das sollte reichen, oder? Oh, ja, genau. Zwei neue Boote hier noch mit dazu. Erwischt. Oh, 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 oh. Das ist ein Felsen. Bremsen. Okay, das könnte jetzt ein bisschen heikel werden. Aber das schaffe ich. Ey, warum kann der so fahren und ich nicht? Ja? Das war auf jeden Fall ein Treffer gewesen. Erwischt. Sag ich doch. War ein Treffer gewesen. Und mein Boot ist auch fast hinüber. Äh. Ich glaube, anlegen wäre hier nicht ganz so gut gewesen. Scheiße. Das war es wieder. Das sind 99,9998%. Wo ist der hin? Weg. Versteckt die Bus. Hallo. Bin ich wieder. Lange nicht gesehen, ne? Von wo, von wo, von wo? Gott verdammt. Oh, weg. Erstmal weg. Nee, das, äh. Ich muss mir erstmal hier einen Überblick verschaffen. So, jetzt haben sie meine Spur eventuell mal gleich hier verloren. Ich schmeiß mich in meinen Busch. So, und alles, was jetzt hier angelaufen kommt, wird erledigt. Solange wie es nicht von oben kommt. Komm schon, hier kommen bestimmt noch welche angelaufen, oder nicht? Sonst habt ihr mir auch immer Leute hinterher geschickt. Okay. Sie haben es aufgegeben. Gut für mich. Ja, komm, komm, komm. Zieh, zieh, zieh. Zieh. Zuh. Willst du noch mehr? Haha. Hier hochgearbeitet. Schießt der jetzt von unten jemand? Nee, von oben. Das muss von oben sein. Oder? Ach, ich sehe keinen, der auf mich schießt. Ach, ich laufe jetzt einfach. Nö. Verdammt, er ist weg. Oh. Oh. Wie willst du mich ausrechnen? Ich weiß doch gar nicht, wo ich bin. Ach, dann gehen wir jetzt erstmal in diese Einrichtung. Nein. Und die Gegner, die dann gleich alle vor der Tür stehen werden, können wir ihm gespielen. Ja, toll. Oh. Weg. Nein. Wir haben ihn. Hast du. Hast du gar nicht. Du auch nicht. Boah, mit dem letzten Schuss, ey. Ich glaube, ich habe was gehört. Könnte sein, dass du was gehört hast. Hast du? Oh, Leben, danke. So, von hier aus kann ich doch ein bisschen beschützen. Da kommen sie so langsam angerannt. Ich höre sie. Auf jeden Fall. Na, kommt her. Oh, ist doch nicht wahr. Boah, bebebebebebebe. Hier war kein Speicherpunkt. Das ist gemein. Boah, weg. Speicher. Speicher. Oh, war das knapp. Er hat gespeichert. weit weit weg hat er sich versteckt ja 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 so sieht das aus ich würde mich einfach hier gerne an den strand legen und nichts mehr tun das wäre auch ganz schön aber das ist mir leider vergönnt neues boot mit neuen typen im weg anscheinend nicht irgendwo muss ja einer sein der hat mich angeblich gesehen jetzt haben wir gesehen so wir sollen darüber da ist eine brücke das heißt einfach ganz kacken reißen wir sind gerade aus das boot ist zu langsam kann doch nicht mehr darüber springen also ein einzelner mann der hier lang läuft und keiner sieht das ist schon ja doch wenn wir sehen von irgendwas von irgendjemand von irgendwo wahrscheinlich von denen da oben anscheinend nicht ist das überhaupt jemand irgendjemand schießt ja schießen sich anscheinend gegenseitig ab und ein trigen dann ok dann sind hier irgendwo trigen reginen zeigt euch mit kleines schlubber platze ich hab jetzt erst drei liegen wir haben von morgen gar gesondieren aha raits Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem. Ach, da wird man nur schlicht bei. What the hell? Ehhhhhhh, uhhh, np. da unten ist ein Lager. Ich dich erwische, du Ku 저�pin. Du ur sandwichiesten ways. Und die hier mit nem Raketenwerfer auf mich schießt. Ich muss hier weg. Flippi- What the... Ah ja, das ist zum Scheitern verurteilt. Egal, ne, mache ich in der nächsten Session weiter. Das reicht erstmal, was ich jetzt wieder aufgenommen habe für einen Tag oder zwei. Ich bin der Dortmund, 8680, wir spielen Fuckry, ähm, bis dann!